Wenn doch bloß schon Weihnachten wäre. Pah, Humbug. Weihnachten ist Humbug. Das ist die schönste Zeit im Jahr. Wir feiern Weihnachten einen ganzen Monat lang. Was? Klar für den großen Auftritt? Mit tollen Spielfilm-Highlights. Das wird extrem Spaß bringen. Immer montags um 20.15 Uhr. Fröhnliche Weihnachten! Worauf läuft das hinaus? Film-Spaß für Gons und Klein. Frohe Weihnachten! Immer montags um 20.15 Uhr. In Sat.1.